Ja, hey Leute und willkommen zu einem Video, über das ich extrem happy bin, dass ich es machen kann. Denn Survival of the Fittest ist leider lange tot, aber es wurde wiederbelebt. Jicebox und Deki haben sich hingesetzt und den ganzen Spaß als Mod für Ark Survival Evolved entwickelt. Und es ist verdammt nice. Ich habe also gestern im Stream, Link dazu übrigens in der Videobeschreibung, direkt mit Benny und zwei absoluten Fittest OGs, und zwar Porni und Uffbasse, die ein oder andere Runde gespielt und dabei ist auch das zustande gekommen, was ihr jetzt gleich sehen werdet. Wichtig zu erwähnen ist, dass zu dem Patch, den wir da gespielt hatten, der Mörser noch nicht implementiert war. Dementsprechend konnte man also Munition für Waffen nur in Drops finden. Gunplay war also super krass limitiert. Tames sind der Way to go und dementsprechend hatten wir uns gedacht, wir nehmen uns ein paar mit. Ja, das ist relativ easy, ist halt Taming wie in Ark auch, dementsprechend habe ich euch das jetzt einfach mal erspart und wir starten direkt da rein, wo es ein bisschen brenzlig wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Viel Spaß mit dem Video, Leute. Drach ist da! Dragon? Oh, ich hoffe, dass er gleich despawned. Natürlich hängt er auf mir, ist ja klar. Rein, 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 rein. Beiß rein, ich schieße rein. Ich weiß. Ist er stuck? Naja, Drach ist duck, mir ist ja immer nicht so easy. Das scheint, den aus der Luft zu schießen. Der ist übel langsam. Oder zumindest dranbleiben. Ich würde mir den Spinus ein bisschen weiter hinten. Ich würde mir den Spinus ein bisschen weiter hinten. Actually, die lassen scheiß drauf. Der müsste eh den Max despawnen. Bevor wir da jetzt noch mehr Spinus rein, wer ist den Scheiß noch drauf? Ja, aber ich möchte ihn töten, sobald er despawned ist. Ja, aber ich würde einen Spinus nicht so hart näher chasen. Und das geht's mir, weißt du? Ja, aber halt dranbleiben. Ja, ja. Ja, der kommt wieder. Ja, wir sind gerade alle beieinander. Das ist so dumm. Komm, die spawnen, du Mistvieh. Ja, der ist als letztes geholt worden, ne? Ich weiß. Aber die anderen zwei sind schon lange weg. Vor allem die Brutmodel, die sind schon lange weg. Der ist halt auch low. Der ist Bladi. Der ist Bladi. Schieß da einfach rein. Drauf da, drauf da, drauf da. Und der kann nicht mehr brutzeln. Das Blöde ist nur, das weiß er auch. Aber wenn er jetzt despawn, dann fällt er doch runter, oder? Ja, ja. Schade, die sind halt leider einfach nicht dumm. Ja. Wenn jemand vorst, wenn ihr nichts zu tun habt. Der landet Decky, der landet Decky. Vielleicht haben die dort ein Ding. Wenn jemand nichts zu tun hat, die Spinus nochmal vorst, die sind jetzt beide Ulo. Ich sehe hier soweit keinen, ist Mythvieh oder so. Wir können hier unten auch am Strand einmal entlanglaufen. Die ganze vom Vulkan kommt. Lass es doch mal machen, oder? Ja. Die Zone kommt, da vorne ist noch ein Spino. Wollen wir die noch mitnehmen für XP? Das wäre jetzt schon noch nice. Ja, ich habe die gerade eben nicht bekommen, die XP. Ich bin, musste absteigen. Jo, okay. Hab ich gesehen, dass ihr schon dran seid. Hinter uns Megaloceros. Wieder am Wasser. Jo, ich sehe es. Der Overweight oder was? Oder warum ist der so lahm? Ja, sieht so aus. Er ist abgestiegen. Er ist dark zwischen uns. Nice. Nice. Oh, Jungs. Nice one. Und es war der letzte von denen, oder? Nee, war... Nee, war er nicht. Nee, nee, das... Ey, ich würde mal Wasser, ich noch mal Wasser holen. Jo, guter Punkt. Wer hat seinen Loot eingesteckt? Ich glaube, du hast ihn getötet, oder? Einer von uns anderen Spinos. Sonst liegt er da noch rum. Oh, ne Pistol. Nice one. Mit Ammo? Dangam. Ein Magazin. Einer von den Affen, die Pistol nehmen. Auf jeden Fall. Äh, also wenn, dann Pauli. Ich hitte nix. Also, ja, keine Ahnung. Zumindest nicht gut genug, dass sich das lohnt für die Bisschen. Ey, level den Mateboost, also den Follow-Spieler, den du noch hast. Level den noch. Tu rein, Arf. Tu rein. Uff. Äh, ein Ding ist in der Leiche, in der Leiche. Wo ist die Leiche? Ah, da. Da, vor dir der Cash. Ich würde schon mal einen Tick hochlaufen, den Mateboost-Spieler noch mal vorziehen. Ein Clip, oder was? Ja. Entscheidend, ja. Habe ich auch nur. Ne, gar keinen. Keinen einzigen. Hast du einen Schuss? Nö. Null. Ach man, ey, die Anzeige ist in Ark Anlass da. Hier rennt irgendwas rum, auf jeden Fall hier oben. Hier rennt Spieler solo rum. Ich geh nicht. Ich geh mal ganz kurz Stamina, dann bin ich im Start. Ja, wie gesagt, ich bin auch am Force-Fäden. Ja, ich kill einen Spieler hier. Nice. 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 Ah, die Spinos böllern ordentlich. Wenn der jetzt Bullets hat, lass mich schon aus, ne? Hm? Wenn der jetzt Bullets hat, weiß ich nicht, oder nicht? So, der Spino hat jetzt auch 250 Damage, 4k AP. Aber dass trotzdem Bond hochgehen, würde ich sagen. Jo. Ja, ja. Jo. Da vorne ist ein Rino. Rino, Rino. Lass es Rino, lass es Rino umlatschen gehen. Siehst du das gegenüber? Einfach in die Zange, ich komm von links, du kommst von rechts. Ja, ich seh's. Ja. Oh, ich würde, äh, weg. Ja, scheiß drauf, lass es Rino rausnehmen. Das Rino ist gefährlicher, glaub ich. Jo, auf jeden Fall. Da unten rennt auch noch ein Spino rum. Ja, der springt. Ich spring nicht runter. Du musst aufpassen, dass der Spino nicht runterfällt. Ja, ja. Ich würde mal den Megaloceros hinterher machen, äh, hinterher machen gerade. Aber, also, weißt du, haben wir die Affen-Layer? Wir kommen gleich auf den Spinos hoch. Lass die Spinos als erstes abfangen. Okay. Ich weiß nichts, die waren gerade hier unter mir. Ich wisse unsere Spinos noch tragen. Ja. Der Player ist abgestiegen. Ich wisse passiv. Ja. Hier hinten, ey. Die sind wieder runter, das ist übel gut. Affe. Ich bin ein Player. An der Rampe ist ein einzelner Player, den würde ich mal angehen. Ja, ich komm dazu. Papin? Schön. Ey, der, der Cross-Botter, der, der, der Muni. Uff. Ja, ich hab's weggewirfen. Hat irgendjemand noch am Waffen? Nein, wir haben beide weggeworfen. Okay, dann dropp ich mich. Ah, ist ab. Soll wir jetzt Ammo haben und, komm, geh rüber. Ich feite hier, Mann, hier können wir alles wegfrühstücken, ey. Wo bist du? Nice. Hier rechts der Spino. Hier ist noch ein Affe, der kämpft mit einem. Hier, das Negale Serums. Affe, Spino. Ich muss mal kurz vorerst reden, ey. Mach das, ich hau hier den anderen Typen einmal kurz nach Mappen Süd. Ich hau dem anderen Spino aufs Maul. 360%. Lass mal den anderen Spino als Hexos wegmachen. Oder? Bro, danke für die neuen Blood-Hacks. Äh, komm. Ich töte mal den Megalazeros, der ist der Head. Ich mach direkt mal auf die andere Seite rüber. Dass der Player, wenn der abspringt, go play. Da ist der andere Affe. Jo, ich geh auf den Player. Jo, ich bin auch. Wenn der runterfällt. Dass wir den direkt als Player kriegen. Player ist runter. Ja, Player. Hat den Shotgun. Uff. Ja, hier stackt den doch so sehr. Wenn der wieder in die Atmosphäre eintritt, dann hab ich den. Mauern Spieler. Hier rennt noch ein Megalazeros bei mir rum. Der hat definitiv keine Ammo mehr vor seiner Shotgun. Der hat gerade einen Bogen gezogen. Einen habe ich hier rausgeballert. Der eine Spino rennt hier hinten hinter irgendwas her. Alter, ich hab so viel XP-Buff, dass es nicht mehr lustig ist. Geht so. Ist einer außerhalb von der Border gestorben? Weil einen habe ich hier rausgeballert. Ja, irgendwo. So drei, vier Meter außerhalb der Hand. Da ist noch ein Elch. Ja, das riecht nach Sieg, Wulle. Das riecht nach Sieg. Ja. Komm, dann ein Kai. Können wir den Elch da mitnehmen? Nein, kein. Geht rechts vom Ding. Geht hier rechts rum. Ja, wir könnten einmal mit den Affen gerade so drauf. Der will sie nur runterlocken. Ne, ja, ich wüsste schon die ganze Zeit passen. Die schießen doch irgendeinem Teil. So ein Autist. Ja, scheiß mal auf den. Der ist zwar schnell, aber der hat irgendwann keine Stummel. Ja, wir haben ja. Ja, wir auch nicht. Aber jetzt. Oh, nice. Rip him. Oder was? Haben wir den schon? Ist der dead? Draußen. Ne, ist noch nicht. Irgendwo rum. Hier rennt einer mit Affen rum. Ich forse gerade kurz. Zwe Sekunden. Ich komme zum Affe. Ich auch. Ich mache gerade mit Ghost in einem anderen Player weg. Der hatte noch Suppen. Der hatte auch noch mal Ammo. Noch zwei Gegner. Ja, hier. Bei mir der Affe-Typ. Der ist... Komm hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein mit dem Ding. Nö. Nö. Ja, wahrscheinlich auch... Alter, der Hunter ist XP-Leiste da unten. Tschüss. Ja, ja. Ist abgestiegen. Grip. Nice. Er rennt direkt in vorne. Ja, okay. Hier die Püsche. 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 Ich glaube, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn. Richtung grüner Ubi. Ich sehe dich. Ich komme. Ah, ja, ja. Yes. Ciao. Das war es für ihn. Nice. Das ist doch eine schöne Runde zum Aufhören. GG, Leute. Nice, Jungs. Puh. Fox. Sehr, sehr, sehr geiles Ding, Alter. Und vor allem einfach mit 400.000 Kills gefüllt. Ja. Also es war bestimmt, keine Ahnung, 15, 20 Kills. Also ich habe halt so viel Level-Up-Buffs, dass halt einfach die nicht mehr angezeigt werden können. 10 Level-Up-Box. Nice, 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 nice. Nice, 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 Leute. Okay, Mann, die Armee des Todes. All Spinos sind halt schon insane, wenn die gelevelt sind. Ja, aber wie viel wir bekommen haben auch, Mann. Ja, vor allem trotzdem Drachen. Wir haben halt den Drachen selbst aufs Maul gehauen. Der Dreier war halt übel, low. Ja. Ja, übel, nice Sachen. So kann man halt echt mal aufhören, Alter. Holy shit. Ungenaupunkt, low. Let's go. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.